Ein Hexer mit Sinn für Ästhetik? Vergib meinen Unglauben. Aber nun sind wir hier. Ich glaube, du hast etwas für mich. Ich habe den dritten Wunsch erfüllt. Woher soll ich wissen, dass das die Rose ist? Du könntest sie vor einer Stunde auf dem Ochsenfurter Markt gekauft haben. Sieh sie dir genau an. Ich habe sie von Iris. Sie war das Letzte, was Iris an diese Welt gebunden hat. Was? Ich glaube, sie hat dich geliebt. Dies ist ein Zeichen dieser Liebe. Sie hat mich geliebt? Nach allem, was passiert ist? Iris. Wir haben alles ruiniert. Hätte ich nur geahnt, wie es enden würde. Was passiert hier? Das ist wie ein... Wie ein heißes Eisen in der Brust. Es tut mir leid, dass ich so spät bin. Schön, dass es alle geschafft haben. Und von Ebereck? Hast du jetzt weniger Sorgen? Ein leichteres Herz? Odim. Was willst du? Was will ich wohl? Deine Seele? Nein. Dem Pakt nach kannst du sie nur haben, wenn du mir drei Wünsche erfüllt hast. Und wir... Und wir zusammen auf dem Mond stehen. Nun... Sieh mal einer an. Was? Nein. Wir... hatten einen Pakt. Der Mond ist da. Dort. Nicht. Hier. Du hast, was du wünschtest. Hier, auf dem Mond, erfüllst du unseren Pakt. Du... Bastard. Du hast betrogen. Ich betrüge nie. Es ist vollbrach. Deine Seele ist um mein Wort. Ah! Endlich ist es vorbei. Wir sollten uns wiedersehen. Es ist eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Nimmst du jetzt das Mahl weg? Ah, sofort. So. Nun sag mir, welche Belohnung du gewählt hast. Ich will gar nichts von dir. Bist du sicher? Ich vermag vieles. Ich war nie sicher. Leb wohl, Odin. Ich bin selection. Ich bin Navalny, ohne Rundfucking. Ich bin heb largee muss. Ich bin beim Vieren. Ach. Verle McDonald's. Ich bin aus. Wir setzen jetzt durch G 2025-194-2028-2522. Untertitelung des ZDF, 2020